Musik Leute, herzlich willkommen zu meinem Geburtstags-Vlog. Ja, der Vlog heute ist zum großen Teil bestehend aus Schnittbildern, weil Gründe. Okay, eigentlich keine Gründe. Ich habe einfach nur drauf losgefilmt und habe gemerkt, gut, kommen nur Schnittbilder zustande aktuell. Ja, habe einen Tag bei meinen Eltern jetzt verbracht. Heute zum Kaffee und Kuchen gab es Mikado-Torte. War geil. Zum Abendessen gab es dann Spargel mit Schinken und Kartoffeln und auch. War schon alles sehr, sehr geil. Und jetzt fahrt ich heim. Morgen ist ja Feiertag, Pfingst, Montag. Da hat auch ein Kollege Geburtstag, sogar mein ehemaliger Chef aus der Ausbildung, der da auch Geburtstag. Das hat aber eigentlich gar nichts irgendwie jetzt mit irgendwas zu tun. Ja, aber ich denke mal, ich werde morgen wahrscheinlich auch wieder zu meinen Eltern gehen, weil ich so langsam mal meine Reifen wechseln sollte. Ja, und dann habe ich mich halt nochmal angekündigt und es ist noch ein bisschen Torte übrig. Und wahrscheinlich wird dann das morgen gegessen und noch ein bisschen Spargel und keine Ahnung alles. Aber jetzt erstmal heimfatzen. So, Kjara hat jetzt doch nochmal geschrieben, dass ihr langweilig ist und ob ich nicht doch noch Bock hätte, aufs Lichter festzugehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe kurz duschen und dann treffen wir uns. Und da geht es jetzt hin. Ja, ich weiß. Majest du mich? Ja. 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 Wir haben es geschafft. Wahrscheinlich wird man mich null verstehen. Wegen Musik, laut, aber wir sind auf jeden Fall da und es ist ultra viel los. Also, es hat sich fast gelohnt, dass wir hierher sind. Wir sind schon wieder auf dem Rückweg. So nach 10 Minuten. Es regnet und es ist voll und ich hatte eigentlich Bock, was zu essen noch und dann keinen Bock gehabt, anzustehen. Nee, die Regen weh. Polizei und voll und überhaupt. Alter, ich habe gerade schon gesagt, wir warten jetzt noch kurz im Auto, weil mit dem Stress habe ich gar keinen Bock. Da hinten auch Blaulicht. Das ist aber nicht Polizei, sondern Krankenwagen. Ja, du hast es glaube ich sogar. Ja, im Mundarzt. Stimmt, da gibt es ja einen Unterschied. Ja, wir warten jetzt hier. Ich darf Chiara gerade nicht filmen, weil ihre Frisur komplett zerstört ist. Ja, das trifft es ziemlich gut. Wobei, eigentlich bin ich ja Bad Boy Alex und... Nein, spät. Ist es mir richtig? Nein, heute mache ich es nicht. Heute kein Counter. Nein, nein, nein. Ja, jetzt... Hier ist Chaos. Okay, man sieht die Autos jetzt leider nicht. Schade. Was wollte ich denn sagen? Ich weiß es nicht. Kara, hilf mir. Weiß ich auch nicht, was du sagen wolltest. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ah, nach Abgasen stinkt es. Wie Sau. Richtig übel. Tja. Ja. Kommt noch etwas dazu? Ich muss was trinken. Ah, eine kleine Spezi. Eine kleine Spezi kommt noch dazu. Also Spezi, kein Wasser, gell? Okay. Spezi, kleine Spezi, ja? Ja, das wärs dann. Danke. 14 Euro, 60 Euro. Halt. Also, wie wütend ist die eigentlich? Das habe ich ja noch nie erlebt. Was? Ja. Oh, nieder. Ah, Wasser, stille du mit Sprudel. Ja, das hätte ich filmen sollen. Deswegen habe ich gerade übrigens noch gesagt, sie soll eine Spezi und kein Wasser machen. Vor allem, ich hab's ihr gesagt, man sagt sie so Fanta. Und dann sagt sie ja Pommes. Und ich so, ja, nee, äh, die Kartoffel. Dibbers. Und sie so, ja, und trinken. Hä? What the? Okay. Oh, der Akku blinkt. Oh my God. Also, wenn man jetzt hier eh warten müssen, weil es irgendwie ein bisschen dauert, stell doch immer den Pulli scharf. Prost. Ähm, ja. Mir ist vorhin noch eine junge Dame ins Auto gefahren beim Ausparken. Also, sie ist ausgeparkt. Ich hab noch gestanden, weil wir gewartet haben. Hm. Und dann ist sie hängen geblieben. Hat zu früh eingeschlagen. Ja, jetzt hab ich Hals. Da hinten. Ein bisschen überall vom Reifel. Eine leichte Macke. Da haben wir Kontaktdaten ausgetauscht. Und jetzt mal gucken. Ja, aber immerhin hat sie angehalten und ich nicht weggefahren. Ja, gut, weil sie hin sollen, da war so voll. Ja, stimmt. So, das war's mit dem Geburtstags-Vlog. Oh, okay. Und ich verabschiede mich und sage, wie immer, wenn es ich gefahren habe. Positiven Wettbewerden. Sayid, hau da rein. Alles Alex ist mein Name. Klicke auf YouTube, bitte, gib mir gute Kommentare. Willi, gale. Haci, gönne, bale. Hamon, haci, gönne, wolle, gönne, bitte, bale. Das ist das Intro. Fiktar, mutter, betrug.